Freitag habe ich bei Softwarearchitektur im Stream Johannes Link zu Gast. Johannes, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Johannes, ich bin Softwareentwickler, Softwaretrainer, Softwarecoach. Ich mache eigentlich alles ganz gerne, was mit Technik zu tun hat und so ein bisschen das Steckenpferd des Testen, Testgedrehenes. Und das Thema ist dabei irgendwie ganz was anderes. Worüber wollen wir denn sprechen? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich vor einigen Jahren auf Vorträgen und im Blogpost erzählt habe, warum ich kein agiler Coach mehr sein möchte. Und du hast mich jetzt nochmal an dieses Thema erinnert und möchtest da ein bisschen nachbohren, wie meine Sicht heute auf diese, zugegeben, ein bisschen provokante Feststellung ist. Genau. Und dazu freuen wir uns auf viele Zuschauer, viele Fragen, viele Diskussionen am Freitag. Bis dahin.